Vor ziemlich vielen hundert Jahren, da schlich ein Band durch die dunkle Nacht. Er hatte einen goldenen Apfel bei sich, der war für eine Frau gedacht. Ein Vater im Armut, der seine Töchter nicht verheiraten kann. Er kämpft für die Mädchen, und davon hörte dieser Mann. Er wirft den Apfel durch das Fenster hinein, aus reinem Gold die Not zu lindern. Lässt er die Menschen nicht im Dunkeln allein, um ein hartes Schicksal zu verheben. Lässt uns genau wie damals die Not der Nächsten sehen, so wie St. Nikolaus, nicht tatenlos war übergegen. Denn Gutes tut kein jeder, es steht uns allen frei. Drum besser jetzt, seit später seid ihr auch dabei. Und heute gehen die Menschen durch diese Welt, mit vollem Bauch und leeren Händen. Es ist der Weg zu unseren Nachbarn verstellt, mit verschlossenen Türen und hohen Wänden. Denn wenn jeder sich selbst der Nächste ist, dann ist für alle gedacht. Doch trinkst du nur an mich selbst, wer ist bei dir und trägt dich in der Nacht. Wir können nur in der Gemeinschaft bestehen, darum lasst uns auch Gemeinschaft lieben. Wenn wir St. Nikolaus als Vorbild ansehen, weg vom Leben hin zu geben. Was tut's genau wie damals die Not der Nächsten sehen, so wie St. Nikolaus nicht tatenlos war übergegen. Denn Gutes tut kein jeder, es steht uns allen frei. Drum besser jetzt, seit später seid ihr auch dabei. Das tut's genau wie damals die Not der Nächsten sehen, so wie St. Nikolaus nicht tatenlos war übergegen. Denn Gutes tut kein jeder, es steht uns allen frei. Drum besser jetzt, seit später seid ihr auch dabei. Gutes tut kein jeder, es steht uns allen frei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020